Musik So Das gibt's denn für ein bisschen überhaupt Das ist Randale Das ist eine Garage Random Freaks Oder Michael Mission Wie Flur haben wir denn? Y04, okay Ähm Ja, eine große Mission könnte ich theoretisch noch machen Ähm Ja, ich denke schon Ich denke schon Eine große Mission kann ich noch machen Oder größere Mission Das heißt, ich mach noch einmal die Michael Mission Fahr ich ja mit dem Scheiß Äh, Auto dahin Das andere Auto Will ich mir dann noch aufheben So ein bisschen Wieso wurde das denn jetzt beschlagnahmt, Alter? Alter Was ist denn hier los, Alter? Jetzt hab ich da extra Geld reingepumpt, ey Und jetzt ist plötzlich nix mehr da Oder was? Jetzt ist es nicht mehr da Jetzt wurde das Auto hier, äh Ah, super, Alter Ich hab mal geil Ich hab mal geil Ich hab mal geil So, dann nehme ich mir einfach jetzt ein anderes Auto Wie geht's mir? Was ist das? Jackass! Du bist scholdet! Ach! 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 Ach, ich muss meine Augen in der Tasche, Jack Ach! 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 Ja, eigentlich wollte ich nur, dass das Dach aufgeht, aber naja. Wenn mein Auto beschlagnahmt wurde, ja, dann nehme ich mir einfach andere Autos. Dann warte mal, bis es morgen ist. Ja, eigentlich wollte ich mich nicht mehr sagen. Da bist du, du kleine Scheiße. Schauen Sie das? Sehr lustig. Du bist ein realer Scheiße. Was hast du gerade gesagt? Stop! Du, du, du verletzt mein fucking Yoga! Somebody say Yoga? Trevor? Michael. Hey. Es ist gut zu sehen, Mann. Ja, ich glaube es ist. Natürlich, ich bin nicht derjenige, der wurde... ...resurrektiert. Ich bin in ein bisschen wunderschön. Hm, du sagst mir, Mann. Ja. Ja. Eine dieser, ...fake your own deaths to your best buddy, ...und dann, ...run off with the dough, ...und dann, ...live in a big mansion. Awkward. Situation. Das ist eine Art von mir zu sehen. Ja. Hast du andere Art von mir zu sehen? Denn ich bin aus. Das war ein langes Zeit, Mann. Ich bin in Wittenes Protection. Ich bin noch immer. Das ist großartig. Das ist großartig. Entschuldigung. 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 Wo sind meine Manners? Amanda. Es ist gut zu sehen. Ich vermute dich. Du bist immer fatter. 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 Aber ... Ich kann mich nicht verletzen. Wer bist du? Namaste. Ich bin Fabian. Herr. Gott. Wo ist Tracy? Wo ist deine Frau, Jim? Sie ist ... Sie ist ... Sie ist ... Sie ist für TV. Sie ist ... Sie ist ... Sie ist für Famer Shame. Famer Shame? Was du mit dem ... Sie sprechen? Sie wissen, es ist das Talent-Skills-Show. Sie liebt es. Sie wissen das. Was ist sie? Das ist sie. Sie ist es. Sie ist es. Sie ist ein Schmerziger. Sie ist ein Schmerziger. Michael. Sie könnte dich nicht mit dir. Sie ist ein Schmerziger. Sie sind schmerziger. Sie ist schmerziger. Sie ist ein Schmerziger. Sie ist ein Schmerziger. Sie sind für mich. Was ist das? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Hey, fuck you! Ja, du bist ein Modell, Mann und ein Wunderschön Vater. Du kannst nur sagen. Du gehst in meinem Haus... Watch out! Du versuchst mir, wie zu gehen meine Leben. Das funktioniert nicht so, amigo. Es ist schön, dich zu sehen und alles. Du schnittst wie Piss, du hast Blut unter deinen Nählen, und du hast, wie du bist, für was? Eine Woche? Was? Du sagst mir was? Ich bin jemanden, der kennt dich. Du schnittst wie Piss. Ich weiß, als ich dich verabschiede, einfach nach Hause. Wir holen deine Frau aus diesen Scheinen. Du hast nicht sie verabschiedet, wie du mit mir und Brad hast. Ja, Brad. Du schnittst. 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 Ja. Okay. Du schnittst. Wie bist du? Oh. Ich bin bei. Außer von der schnittst. Und Herz, natürlich. Du живst in Los Santos? Ein paar Stunden weg. Okay. So, woher? Sande Shores. Das Alamo Sea. Ah, hier ist es schön, da. Ja, es ist schön. Ich meine, wir haben die Tennis-Korts, die Golf-Links, und alle die Plastik-Plastik-Plastik-Schlüsse. Aber... Ja, du kennst. Ja, du kennst. Ja, ich würde dich bleiben, aber... Ja, keine Angst. Ja, keine Angst. Ja, keine Angst. Ja, keine Angst. Ich habe irgendwo zu fangen, während wir alles zusammenarbeiten. Mit echtem Freundinnen. Wir haben alles zusammenarbeiten. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Jetzt ist das Lung-Kolde wieder. Ich habe noch ein Wunder. Segt. Tim Kenner macht seine Polizei-Karte sehr ernst. Hörst die Minder, schießt ihre Pfeife, und schießt ihre Frauen auf die Zolle. Okay, das wird es. Maze Bank Arena. Lange sie ihn finden. Sie sind. Sie sind. Sie sind. Sie sind. Sie sollten sehen, das Mann. Er ist wirklich excentrik, und er ist nicht sogar famous. Komm schon, du Dipps***. Das Host, man, ist wie ein Klose-Tv-Presenter. Bitter wie ein Vinniger. Wo sind sie denn? Hallo, Herr. May ich bitte deinen Namen? Wo ist Tracy Townley? Tracy fucking DeSanta! Screw das! Wo ist Laszlo? Ja, das war wirklich gut. Das war wirklich gut. Das ist die Audition, Fame oder Shame, Saison 14, hier in Vinewood, San Andreas. Kommt weiter, ist Tracy DeSanta. Judges, Tracy DeSanta. Ja. Hi. Traci ist ein Dancer, aber sie auch liebt acting, modeling, und arbeiten mit Kindern. Das ist schön. Du bist so original, wie ein Baskett voll von Puppen, oder ein Rainbow, oder ein Pile of Puke. Oh. Wer sind diese Klowns? Das ist mein Vater und... ...Trevor? Zwei Vater. Wow. Very San Andreas. Was sind Sie hier? Ja, was sind Sie hier? Okay, ich bin zurück. Relax, chill, mach dich zu Hause. Wir haben eine kleine Show hier. 3, 2, 1... All right, it's Fame or Shame for Tracy DeSanta. Music! When I came home last night You wouldn't make love to me You went fast asleep You wouldn't even talk to me Shake what your daddies gave you, honey Say I'm so crazy You wouldn't make love to me You wouldn't make love to me You wouldn't make love to me I-I, that's enough Oh, oh, I said that's enough Hey, I got security Security! What'd you fucking say? Come on, big guy! Come on! Nooo! Fuck! Hahahaha Junge Hahaha Alter sorry ich kann grad nicht spielen criticized Sorry, ich kann grad nicht spielen Ey so viel Spaß hatt ich noch nie Daar ist die ganze Zeit verkniffen ey das Lachen Und dann wurde das immer größer Und immer größer Und immer größer Boah, Alter, ey, los, kriegen wir so einen Schwachkopf, die Center, oder, äh, die Center, oder, ja, Laszloff, oder wie er heißt. Oh, äh, ich bin gerade ein wenig. Hey, not my rig! We're running that prick down. Yeah, yeah. He went left. How can you sit there and watch your daughter get treated like that? Hey, you raise your daughter in this town, you get used to stunts. It's poor parenting. Now, thanks for the fucking feedback. It means a lot coming from you. We're gonna flatten this toy car in this big rig. Yeah, don't you worry. Fucking Laszloff. I knew he was an asshole. Er hat so recht. Er hat so recht. Just push him off the fucking road. It's only a battery car. Come on. This ain't exactly a racer. Hey, take a left up here. Na, scheiß drauf, ey. Ich muss jetzt sowieso erst mal nicht crashen. Oh, oh, no, no. We can have a little fun with him. Let's not try to kill this prick, alright? When we crush his little toy car, who knows what'll happen to him. Ja, ja, ich... Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ich hab's hier hinbekommen. Ja, er rollt erst mal herrückwärts. Ja, wir kriegen ihn ja schon, Trevor. Da war keine Angst. The little shit's all out of juice. Hey, 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 you guys. You run out of batteries, huh? I didn't mean anything by it, alright? Oh, yeah? Well, that little girl sat on my lap when she was two years old. And I swore to God that I would rip the fucking skin off anyone who fucking wronged her. Look, I'm just a dumb A-list celebrity trying to entertain America, okay? I got a lot of stuff going on right now, dude, besides you trying to kill me. Now I got multiple sexual harassment lawsuits, plus I'm an addict, alright? And I've relapsed. I can't stop jacking, dude. I jack it in traffic. What's your talent, huh? I mean, aside from love and sex. Dude, haven't you seen my show? It's not live, it's not funny. That's my genius. I got no fucking talent. You clearly ain't being humble, T. You proved your point. This is your daughter. You should be wanting to rip the fucking ponytail off the back of this guy's head. And you! Pants off. Okay. There you go. All right. What are you doing? Now, I want you to dance sexy celebrity, mm-hmm. I mean, I need music, or... Are you trying to fucking annoy me, huh? I'll dance. Good. All right. All right, now drop it like it's hot, all right? I want to see you get nice and low. Come on. Lower. Lower. Come on. Please don't kill me, okay? I'm supposed to be on a magazine cover next week. All right, come on. Get up. Take off. Go, now. Before I change my mind. I got it all on my camera, you fucking pussy. The world's gonna see your shit. I'm going home. How the fuck did you do it without me for nine years, huh? Oh, shit. Dave. We need to talk. I was about to tell you the same thing. Okay. Meet me at Galileo Observatory as soon as you can get there. Okay. Ja, wir müssen auf jeden Fall reden. Wieder belebte Freundschaft. Euer Kontakt, Trevor. Famous shame. Ich da... Äh... Nicht ganz, aber 75%, denke ich, reicht vollkommen aus. Ähm. Gucken wir uns die E-Mails an. Ware soeben eingetroffen. Ja, ganz... Ammunation. Ammunation immer noch. Lost Hunt des Customs. Alles klar. Dann, ähm... Schnell speichern, würde ich sagen. Diesmal jetzt aber auf, ähm... Dem hier. Ähm, so. Deswegen jetzt, äh... Würde ich sagen, höre ich jetzt hier auf. Äh, mit dem, ähm... Mit der Aufnahmesession. Ich habe jetzt schön was aufgenommen. Ein paar Stunden. Auf jeden Fall gereicht. Ähm... Jedenfalls, äh... Möchte ich gerne euch sagen. Beziehungsweise mitteilen. Ähm... Ähm... Ja. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr bitte... Könnt ihr, äh... Einen Daumen hoch geben. Das wäre, äh... Sehr geil von euch. Ähm... Vielleicht noch einen Kommentar schreiben. Das wäre auch noch richtig geil. Optional könntet ihr natürlich auch, um, äh... Das Video zu verbreiten. Ähm... Könntet ihr noch, ähm... Auf sozialen Netzwerken das Video teilen. Aber das ist ja, wie gesagt... Bzw. dass es kennen muss. Und, äh... Wie gesagt, Daumen hoch und so. Ist auch kein Muss. Das unterstützt mich einfach. Und das... Ist es halt einfach. Und das, äh... Ist halt das, was ich will. Somit, ähm... Wäre es geil, wenn ihr mich, äh... Wenn ihr mich unterstützen würdet. In den so gerade genannten Dingen. Und, ähm... Falls ihr mehr von mir sehen wollt. Könnt ihr gerne abonnieren. Das wäre, äh... Richtig klasse. Und ansonsten sage ich nur noch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.